Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Display zu Resident Evil 1 Directors Cut. Und genau, wir haben am letzten Mal hier nochmal im Herrenhaus unterwegs und haben uns das Feuerzeug geholt. Haben und haben hier hinter uns uns die Karte besorgt. Und wir müssen jetzt tatsächlich nochmal ein Item kurz besorgen und uns für einen Bosskampf rüsten. Genau, liebe Leute, hier gibt es auch Bosse in diesem Spiel, Zwischenbosse. Und der nächste, der da kommt, wir haben beim letzten Mal auch Richard versucht zu helfen. Der Richard, der wurde vorhin einer riesigen Schlange angegriffen, Leute. Riesige Schlange, das schreibt nach Boss. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir da jetzt einfach mal hin, beziehungsweise nee, noch nicht. Ähm, wir hatten hier noch einen Raum, bitte genau. Hier hatten wir Richard geholfen. Hier liegt er auch noch, der liegt noch hier. Das macht mir ein bisschen Angst, dass der hier rumliegt. Und äh, genau, wir holen uns jetzt noch eine Sache mit dem Feuer zurück. Und zwar genau hier oben, Leute, da ist ja überall Blut und so. Diese Tür, ey. So, gut, dann würde ich sagen, geh nochmal kurz hier rein. Und dann machen wir mal hier weiter. Hier haben wir ja nur kurz reingeguckt. Da liegt nämlich noch ein Farbband. Und wir sind voll. Scheiße, wir sind voll. Warum sind wir... Ach, wartet mal. Wartet mal. Ich habe noch eine andere Idee. Ich glaube nämlich, dass diese Tür da oben tatsächlich für den Schildschlüssel gedacht ist, die wir ganz am Anfang gefunden haben. Hier, diese Tür. Da, der Schildschlüssel. Der war auch tatsächlich nur für diese eine Tür. Okay, dann schmeiß den weg. Aber da werde ich, äh, mich, äh, tonlichst vermeiden, da reinzugehen erstmal noch. Ähm, jo. Einfach, weil wir noch nicht vorbereitet sind. So, liebe Leute. Ähm, dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal hier in diesem Raum um. Wir haben ja gesehen, beim letzten Mal, dass wir hier eine Kerze haben. Eine Kerze. Was macht man mit Kerzen? Man zündet sie an. Sieht das nicht geil aus? Wir haben jetzt hier Licht drin. Okay, und den Schrank, den kann ich, da kann ich mich erinnern, den hatten wir beim letzten Mal auch schon weggeschoben. Und, ähm, ja. Ja, wir waren hier auch schon drin, haben uns den Schrank angeguckt, haben da allerdings nichts gesehen. Aber jetzt da hier Licht ist, sehen wir, was da drin ist. Und wir sehen, ha, Säurepatronen. Ganz genau, liebe Leute, für unsere Bazooka. Für die Bazooka gibt es nämlich verschiedene Munitionsarten, tatsächlich. Ähm, ich glaube, das war einmal Spreng-Money, einmal Brand-Money und einmal Säure-Money. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die Brand-Money, die haben wir natürlich jetzt noch nicht. Ist klar. Ähm, aber die Säurepatronen, die wird uns gleich sehr helfen. Sagen wir es mal so. Gut, liebe Leute, da würde ich sagen, bevor wir da jetzt in diese Tür reingehen, gehen wir uns mal vorbereiten. Ähm, da muss ich jetzt nur überlegen, wo war denn jetzt noch mal die nächste Kiste. Äh, das war, wartet mal, genau, da sind wir gerade rausgekommen, rechts rum, genau, und dann geradeaus durch. Ich weiß, solange, ich habe das Haus immer noch nicht so ganz drin, in meinem, in meinem Hirn, aber, solange, so langsam, aber sicher, kommt die Orientierung. So, dann, würde ich mal sagen, Kiste, zeig mir, was du hast. Hehe, weil wir brauchen jetzt schweres Geschütz. Wir brauchen jetzt definitiv schweres Geschütz. und, ähm, naja, dann schauen wir mal, was wir hier alles haben. So, dann lege ich erstmal die Farbbänder zumindest mal weg. Wartet mal. Äh, ich will die mal sortieren, die Farbbänder, wartet mal. so, das Ink Ribbon, nimmt er das bitte, dann sortiert hier die mal bitte. kombinieren, und das hier auch kombiniert, da haben wir nämlich neun Farbbänder. Dann frisst das nicht so viel Platz. So, dann haben wir jetzt noch unsere Säurepatronen. die werde ich definitiv mitnehmen. Ah, wartet man, ich kann mir noch nochmal eine Medizin mischen. Äh, das werde ich auch gleich machen. So, Farbband. Äh, gut, äh, dann brauche ich einmal nochmal ein grünes Kraut. Genau, wir haben das Windwappen. Lieber Super, werde ich mir mitnehmen. das Farbband, äh, das Kraut werde ich hier zusammen mischen. Ja, 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 ist okay, ich wollte das auch gar nicht benutzen. Ähm, ich wollte das kombinieren. So, einmal dann, so, dann haben wir zweimal Medizin. Das Feuerzeug legen wir raus. Ja, ihr werdet euch fragen, was kommt denn da? Ähm, ja, ich kann euch sagen, was da kommt. Da kommt ein Riesenvieh. So, nehmt ihr die Basuka mit. Und die andere Munition. dann werde ich, ähm, dann werde ich, ähm, ich werde hier gleich auch noch eine, ähm, Heilung mitnehmen. So, dann haben wir einmal hier sechs, mal das, dann haben wir hier das, dann haben wir noch die Schrotflinte und unsere Pistole. Gut, ähm, nacht die mal bitte voll nach. So, wir rüsten uns hier voll aus, ey. Ja, das ist, das ist nötig. Das ist echt nötig. So, Feuerzeug brauchen wir nicht, Farbband brauchen wir nicht, Meister brauchen wir gar nicht. Die Patronen, ne, das muss reichen, Leute, das muss reichen. So, wir haben zwei, zweimal gemischte Kräuter, nehm dir das doch mit. Jetzt sind wir ein lebender Waffenschrank. Aber ich glaube, das passt soweit. Speicher werde ich erstmal nicht. So. Gut, Leute, da wir uns jetzt ausgerüstet haben, würde ich sagen, machen wir uns nochmal auf den Weg zu dieser geheimnisvollen Tür, ey. Oh man, ich hab schon ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Weil dieser Boss, der war, ähm, ich weiß, es ist der erste und der ist eigentlich der einfachste, aber für mich ist der schon schwer. Ich weiß auch nicht. Gut, Leute, dann, weil wir dürfen uns von den Dingen nicht so oft treffen lassen. Das ist halt das. Und ich glaube, ihr könnt euch schon denken, was jetzt kommt. Richard, Richard hat von einer giftigen Schlange geredet, die hier irgendwo rumkreucht. Gut, dann, schauen wir doch mal. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch hier die Treppe hoch und, äh, ausrüsten. Basuka, ausrüsten. Oder war das vielleicht? Wartet mal. Hätte ich mir vielleicht die Säurepatronen reinnehmen müssen? Egal. Wir gehen hier rein. Okay. So. Da sind wir. Auf dem Dachgeschoss. Scheinbar. so. Ach, dann haben wir hier. Bücher und, äh, Werkzeuge. Nix ungewöhnliches. Okay. Ähm, hast du, ich will nicht, Leute. Aber ich muss. Hallo, mein Freund. Hahaha. Seht ihr das? Genau das, weil ich. Diese Gift-Schlange. Äh. Okay. Äh, weiter geht's. Ach, verdammt. Schieß weiter drauf. Seht ihr das? Wir sind im gelben Bereich und, äh, wir sind vergiftet. Das Ding hat uns getroffen. Ach, verdammt. Okay. Nachladen. Ich hab jetzt noch sechs Schuss. Okay, Säurepatronen. Aua. War's das schon? Oh mein Gott. Das war's schon. Die Schlange haut ab. Puh. Ich bin im gelben Bereich, das geht ja noch. So, ihr seht, unser Herz, das pocht wie verrückt, weil wir vergiftet sind. Ach, Leute, Leute. Ähm, aber, wir haben's geschafft. Tatsächlich. Wir haben noch voll viel Muni übrig. Und, äh, ja. Da liegt ein Wappen. Das Mondwappen. Liebe Leute. Das heißt, wir haben alle Wappen zusammen. Das ist das Loch, wo die Schlange rausgekommen ist, ja. Aber tot ist die nicht. Ne? Tot ist sie nicht. Aber wir haben sie zumindest erstmal ein bisschen verscheucht. Das ist schon mal gut und es ist auch sehr gut, dass wir nur eine Medizin gebraucht haben und dass wir da noch leben. So, was haben wir denn? Ja, schaut mal. Haha, Schrotgun Muni. Ey, ich sag immer Schrotgun. Ich sag immer Schrotgun. Schottgun Muni. So, dann, Jill, du bist vergiftet. Du wirst jetzt, äh, kontinuierlich Schaden nehmen. Ähm, aber ich glaube, aber ich glaube, so, komm runter. Genau, Cutscene. Am ich besorgen? Gib mir das Serum. Ja, Jill, du bist vergiftet. Ähm, hä? Müssen wir uns jetzt tatsächlich selber das... Hä? Wartet mal. Warum? Also, ich hab mir jetzt... Ähm, normalerweise kommt da Barry und holt uns ab. Ich weiß nicht, warum wir jetzt hier, äh, uns selber das, das Gift, äh, das Gift, das Serum nehmen müssen. Ähm, normalerweise kommt hier Barry an und, äh, wartet mal. Kommt hier Barry an und bringt uns zur, ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, äh, zur Krankenstation. Und, äh, dann hat sich das eigentlich erledigt, aber, das ist jetzt übel, dass wir jetzt da selber hinrennen müssen. Ich musste halt immer wieder jetzt meine Gesundheitsanzeige überprüfen. So, nach jedem Raum, Leute, weil ich möchte nämlich keine Medizin verspenden. Ich möchte Medizin erst nehmen, wenn wir im roten Bereich sind. Wir sind noch im gelben Bereich. Sind wir so orangen im Bereich? Oh Gott, sie wird schon langsamer, hab ich das Gefühl. Sie wird schon langsamer. So, mach die Tür auf. Wie geht's dir? Noch orange. Okay. Äh, ja, Leute, dann, äh, holen wir uns jetzt selber. das Serum. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir sind immer noch vergiftet. Und eigentlich, wie gesagt, Leute, ich kenne die Szene nur so, dass da Barry kommt und uns hilft. Oh, jetzt sind wir im roten Bereich. Das heißt, benutze. Gut, okay. Okay. Ihr seht, das geht ziemlich schnell, wenn man vergiftet ist, dass man da Schaden nimmt. Aber hier sind wir schon, Leute. Hier sind wir schon. Nimm dir das Serum. So, dafür braucht man das zweite Serum. Weil wir selber vergiftet werden. So, macht das Gift weg. Puh. Okay. Wie gesagt, verdammt interessant. Äh, wenn ihr wisst, warum da Barry nicht kam, sagt's mir bitte. Das würde ich sehr gerne wissen. So. Dann können wir uns mal wieder umorientieren. Das passt soweit. Wir brauchen nämlich tatsächlich, erst mal die Muni, klar. Und, äh, wir brauchen das andere Wappen. Das hier, genau, das Windwappen, liebe Leute. Und ansonsten, äh, haben wir alles hier, ne? Speicher erst mal ab. Ich will euch mal, ich speichere das jetzt erst mal so ab. Ähm, ja, einfach der, dem Stil halber. So, Farbband benutzen. So. Memory card. No data. So. Babababam. Okay. Gut. Es könnte sein, dass das echt mit der Version zusammenhängt, dass da Barry nicht kommt. Ähm. Ich weiß es nicht. Leute. Ich weiß es leider echt nicht. Ich lasse die Basuka mal hier drin. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt bald brauchen. Ähm. Die ganzen grünen Kräuter lasse ich auch erst mal noch mal da. Ich renne halt jetzt mit einer Medizin rum, ne? Gut, aber das wird ausreichen, denke ich. Gut. Alles klar, liebe Leute. Dann gehen wir mal die Wappen einsetzen. So, das war ja im oberen Bereich, glaube ich. Glaube ich, oder? Ja, das war im oberen Bereich. Ja, Leute, der Schlangenbus, der war einfacher, als ich gedacht habe. Ähm. So, neb. Scheiße, es war doch unten. Ich Idiot. Es war doch unten. Mann. Ja, ist doch logisch. Wenn man raus will, geht man halt auch im Erdgeschoss raus. Und nicht im, äh, im ersten Geschoss. Es sei denn, es gibt einen Balkon oder so, aber... Naja, gut. Äh, das war doch hier durch. So, da kommen wir nämlich auch ziemlich schnell in die Haupthalle. Beziehungsweise in den Bereich, wo ich hin möchte. So. Äh, ein Map noch mal. Ja, wir sind auf der falschen Seite. Äh, wir müssen tatsächlich einmal rechts rum und dann geradeaus und dann, ja, kennt man den Weg, ja. Genau, genau. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt zum Resident Evil Directors Cut. Und... Ja. Wie wir jetzt hier das Herr noch weiter erkunden. Und wie wir jetzt gleich hier die... die Wappen einsetzen und dann nochmal diesen neuen Raum freischalten. So. Ich hoffe natürlich, euch auch die Sache nach wie vor hier gefällt. Ähm, ihr guckt dieses Projekt. Sehr rege, finde ich super. Und, äh, ja, Resident Evil 1 ist einfach ein Meisterwerk seiner Zeit. So. Dann war das nicht hier bei den Hunden. War das bei den Hunden? Also bei den Ex-Hunden? Ja, das war bei den Ex-Hunden. Okay, da gibt's schon gar nichts mehr drin. Gut, dann bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Weil, wie gesagt, so geil sind, so ganz in Erinnerung habe ich das Spiel nicht mehr. nur, dass halt Barry nicht kam. Das wundert mich echt. Das wundert mich echt, Leute, dass Barry nicht kam. Aber gut, wir haben es trotzdem überlebt. Ähm, ja, hat uns ja nichts gekostet im Endeffekt, ne? So, war das schon hier? Das war, glaube ich, sogar schon hier, ne? Oder? Nee, Quatsch. Das war die Stelle mit dem Rätsel. Ah, noch nicht mal. Das war die Sackgasse. Boah, dieses Hundegejaude, ey. Dann war das doch hier durch. Einmal komplett durch. Ach, ja, ich erinnere mich. Lang, ah, lang ist es ja, wollte ich gerade sagen. Letzte Folge. In der letzten Folge waren wir doch hier. Und, dann war doch hier hinten. Ah, perfekt. hier hinten ist der Raum. Alles klar. So, wir hören keine Hundetapser. Das heißt, wir können hier hinten unsere Wappen einsetzen. Genau, zwei hatten wir ja schon. Dann einmal das Mondwappen und in der Mitte, das fehlt noch. Und, zack. Uh, das Schloss ist offen. Und, äh, da würde ich sagen, wir haben alle Wappen. Gehen wir da rein. So, was erwartet uns hier? Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Aha, nur ein Raum, also. Gar nicht nur ein Raum. Das ist auch eine große Tür. Auf jeden Fall sehen wir da oben ein Item. Ein altes Fass. Da oben, seht ihr das? Da liegt eine Kurbel. Liebe Leute, auch, äh, typisch für Resident Evil. Die Kurbel. Hehe. Nix ungewöhnliches. Die braucht man auch gefühlt in jedem Teil, ey. Hallo? Schieb doch. Ach, muss ich die erst. Ach, Leute. Diese Schieberätsel hier. Du musst erst mal hierhin schieben. Da komme ich wieder rein. Das ist doch nicht wahr. So, aber, wir sind jetzt hier hinter und können die schieben. Hallo? Chill. Schieb doch. Ja, sehr schön. Gut, dann kommen wir nämlich auch an die Kurbel da oben dran. Am besten direkt davor, so, damit die auch nicht meckert, dass wir nicht irgendwo vorstehen. Nimm dir die Kurbel. Chill. So. Genau, Leute, das ist eine Kurbel. Ähm, ich würde die gerne erst mal überprüfen. Check. Weil es gibt nämlich verschiedene. Die hier in dem Fall ist es die Vierkantkurbel. Genau, seht ihr auch da? Quadratkurbel. Ähm, die werden wir jetzt auch brauchen. Gut, Leute, jetzt wird es interessant. Wir gehen nämlich raus. Wir haben keine Waffe. Jetzt haben wir eine Waffe. Mit genug Money. Und wir gehen raus hier. Das sagt uns aber, dass da keine Tür ist, ne? Also irgendwas ist da komisch. Na gut. Geh raus, Jill. Geh raus. Riesentür. Schaut euch mal das an. So viele Kräuter hier. Und Hundetapster. Ich habe von euch gehört, liebe, äh, beziehungsweise, ich habe eine Info, dass wir, wenn wir hier, oh, so viele Kräuter. Wenn wir hier, ähm, ganz langsam vorbeigehen, dann machen wir heute nix. Schaut euch das an. Die machen nix. Oh, schau dich diese Hunde an. Ja, Leute, aber ich will die weg haben. Das heißt, ich will die weg haben hier. So, so, zwei Hunde auf einmal. Boah. Ach, wie oft stehen die auf, ey? Boah. Oh, wir kriegen eine Meldung vom Funk. Was ist denn das jetzt? Das ist Brad. Starz Alpha Team. Bitte reagieren Sie. Was zur Hölle? Ist niemand da draußen? Brad, this is Jill. This is Brad. Starz Alpha Team. Bravo Team. It doesn't matter. Anybody, answer me. This is Brad. Brad? Brad? Ähm. Hä? Okay. Nein, 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 brauchen wir nicht. Sehen wir zumindest mal die Waffen. Die Retter und M29 ist ja. Ähm. Hä? Die Katze kenne ich gar nicht. Ähm, interessant. Das war, glaube ich, Brad, der Hubschrauberpilot. Und, ähm, naja, er wollte uns, äh, erreichen, aber er konnte uns nicht erreichen. das ist halt, so eine Sache, ja, die hatten wir tatsächlich, äh, was sind wir hier überhaupt? Im Hinterhof. Okay. Ich verstehe schon. Ähm, das ist so eine Sache, er hat uns nicht erreicht, und, äh, naja, das wäre unsere Rettung gewesen, aber, ja, das Funkgerät, das hat irgendwie nicht so reagiert, und, ähm, oh, schaut mal da, Leute, das ist eine Gartenkarte. Okay, Garten. Map. Oh, okay, nochmal ein Riesenbereich hier. Krass. Ganz genau, Leute, ähm, wir haben, wir haben ja eben eine Kurbel gesammelt, ne? Was ist das hier? Das Kabel, das Kabel eines Aufzugs, der Aufzug ist unten. Ja, was machen wir da? Die Kurbel benutzen. Hä? Scheiße. Wartet mal. Hä? War das nicht hier mit der Kurbel? Ähm, ich dachte, hier wäre, das mit der Kurbel. Äh, aber gut. Dann halt nicht. Gut, Leute, ihr seht hier, blaues Kraut. Genau, blaues Kraut, liebe Leute, ist tatsächlich, gegen Gift. Ja, so dass wir Gift kurieren können und nicht immer ein Serum brauchen. Das heißt, wenn wir das mit dem Grünen mischen, so wie jetzt, ähm, dann seht ihr, statt Grün und Rot, mischen wir jetzt das Grün und Blau. Dann sind wir da, Mixed Kräuter, blau. Ah, das ist cool, Leute, aber dann können wir jetzt ab sofort Gift und Lebenszustand heilen. Und meine Güte, sind das viele Kräuter hier? Sind das viele Kräuter hier? Ich glaube, ich werde diese Schrotmonie gar nicht erst brauchen. Ähm, wir müssen zu einer Kiste. Unbedingt. Unbedingt, Leute. So, dann frage ich mich jetzt aber, das war aber nicht so weit, oder? Die Kiste? Map. Scheiße, oder? Nee, Quatsch. Das ist gar nicht so weit. Wartet mal, wir müssen einfach hier durch. Und, äh, ja. Dann gucken wir uns in der nächsten Folge draußen ein bisschen weiter um. Ähm, ich sammle jetzt noch die Kräuter ein, und, äh, danach würde ich sagen, machen wir erstmal einen Cut rein. Ähm, war das hier? Nee, die ist verschlossen. Okay, Helm, aber, aber hier war es doch, genau. Hier war doch diese Abkürzung, die wir geschaffen haben. Zum Glück, Leute, weil, naja, ähm, jetzt, jedes Mal durchs Herrenhaus zu rennen, wegen den Items, das wäre doch scheiße echt. Aber, ja, wir haben es, und, äh, dann würde ich sagen, legen wir mal ein paar Sachen weg. Auf jeden Fall die Muni. So. Dann, nehmt ihr das grüne Kraut, mischt die beiden mal. Dann lasse ich nämlich eins auch drinnen, für Gift, weil, falls wir vergiftet werden, und Gift ist hier in dem Spiel echt ekelhaft. So, ähm, dann brauche, da ich eh zurück muss, nehme ich die Kurbel erstmal raus. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon mal wieder zurück, und sammeln die restlichen Kräuter ein. Laufen wir wieder zurück, packen sie in die Kiste, laufen wir wieder nach draußen. Oh, Mann. Ja, Leute, das ist jetzt ein bisschen Laufweg, und, äh, Itemmanagement, aber, das ist halt Resident Evil 1, ne? Das ist halt so gewollt gewesen. Dass man sich da auch ein bisschen mit den Items auseinandersetzt. Genau, liebe Leute, gut, dann, gehen wir mal wieder raus, hier. Ich glaube, da draußen finden wir auch noch einen Schlüssel. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war so. Leute. Gut, dann können wir jetzt die restlichen Kräuter aufsammeln. Das sind doch perfekt, hier zweimal komplett gemischt. So, einmal rot, einmal grün. Die mische ich dann direkt zusammen, und dann die nächsten auch. Da kann ich beide weglegen. Was ein Itemmanagement hier, ey. So. Sammle die alle auf. Chill. Perfekt. Da sieht es ja echt gut aus mit unserer Heilung, ey. Munitionsmäßig eigentlich auch. Wir haben 35 Shotgunschuss. Aber die werde ich mir definitiv noch aufsparen. Weil die werden wir auch brauchen. Die werden wir definitiv brauchen. Und, ich sehe schon kommen, was für Gegner hier noch kommen. Oder so, von daher. Jo. Gut, Leute. Wir haben alle Kräuter eingesammelt. Alle zusammen gemischt. Das heißt, wir... Wer hat denn die Leiter eigentlich wieder verstellt? Mensch. Die habe ich auch eben weggeschoben. Na ja, egal. Gut, Leute. Wir bringen die Items weg. Nehmen wir uns die Kurbel wieder mit. Oh, und wie ist denn weiter? Geht es immer beim nächsten Mal tatsächlich. Jawoll. Aber... Gut. Dann... Ach, oder wisst ihr was? Ich bin jetzt gerade so im Flow drin, ne? Ich werde hier noch weiter aufnehmen. Ich werde diese Folge... diese Woche mal vier Folgen aufnehmen am Stück. Tatsächlich. Ich bin einfach so im Flow drin. Gut, das heißt dann aber auch, dass ich auf eure Kommentare nicht eingehen kann. Zeitnah. Ähm... Ach, was schon mache ich denn? So. Was mir sehr leid tut. Aber ich bin ja gerade im Flow drin. So, die Kugel brauchen wir. Die grünen Kräuter brauchen wir nicht mehr. Die Muni. Nehmen die mal mit. Ja, das ist mir eigentlich ein bisschen zu... zu voll. Wartet mal. Ich hätte auch... ein grünes mit einem blauen mit einem roten mischen können. Verdammt. Ähm... Das hätte ich vielleicht machen können. Und dann hätte ich nämlich eine Heilung für alles. Ich bin mir ehrlich gesagt ein bisschen zu voll. Hm... Kann ich... Die Shotgun-Monie. Ja, komm. Ähm... Ich verzeige, ich lege die nochmal weg. Ich bin mal mutig. Leute. Alles klar. Dann würde ich sagen... Gehen wir mal weiter. Und... Ja. Geh nochmal raus, wo es dann weitergehen wird. Tatsächlich. Und dann bin ich mal gespannt. Und... So... In der nächsten Folge dann. Aber wie gesagt... Also für mich vergeht jetzt keine Minute Zwischenfolge. Für euch leider ein paar Tage. Ich hoffe, das könnt ihr mir nachsehen. Ähm... Aber es ist halt so, dass ich halt halbe Stunden Pass machen will. Und... Beziehungsweise 25 Minuten bis halbe Stunde. Wenn es halt aufregend ist. Und... Ähm... Genau. Mir hat ein Staffel ich da jetzt noch hin. Und dann würde ich aber schon mal sagen, liebe Leute. Wenn euch diese Folge gefallen hat von Resident Evil 1. Lass man doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Äh... Da würde ich mich tatsächlich sehr freuen. Erzähl es gerne weiter den Kanal. Und... Äh... Äh... Ich sehe weiter geht es immer in der Nichts-Volle. Und da würde ich sagen, würde ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschü-Tschü...